Herzlich willkommen zu unserer Klimadebatte im Futurium in Berlin. Die Klimakrise rollt auf uns zu, das ist uns allen bewusst, mehr oder weniger. 2015 hat sich die Staatengemeinschaft darauf verständigt, die Erderwärmung auf unter 2 Grad Celsius zu beschränken. Dafür muss es ganz starke CO2-Reduktionen geben und dafür gibt es unterschiedliche Wege und auch Ziele. Wir haben uns eine Vertreterin aus der Wissenschaft eingeladen und einen Vertreter aus der Industrie, um darüber zu diskutieren. Herzlich willkommen, Antje Boetius, Direktorin des Alfred-Wegener-Instituts für Polar- und Meeresforschung. Sie setzen sich für eine deutliche Verschärfung des Klimaschutzes ein, sonst würden wir unsere Lebensgrundlage verlieren, sagen Sie. Herzlich willkommen auch Martin Bodermüller, Vorstandsvorsitzender der BASF, der weltgrößte Chemiekonzern. Auch Klimaschutz ist ein zentrales Anliegen und ein wichtiger Bestandteil der Unternehmensstrategie. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie beide mit mir darüber diskutieren, was die richtigen Wege und Ziele zum Klimaschutz sind. Auf der BASF-Seite habe ich gesehen, dass auch Sie das Pariser Klimaziel unterstützen. Nun ist aber die Industrie ein großer Imitent von CO2. BASF zum Beispiel gehört zu den fünf größten oder hat den fünf größten CO2-Fußabdruck unter den DAX-Konzernen. Wie sehen Sie die Klimaschutzziele von BASF? Ich glaube, wir sind sehr weit und sehr modern und wir bekennen uns ganz klar zum Pariser Abkommen. Wir haben uns jetzt auch im ersten Schritt bis 2030 vorgenommen, klimaneutral zu wachsen. Das klingt immer so ein bisschen wenig ambitioniert, aber wir wollen natürlich gleichzeitig die Mengen um 50 Prozent erhöhen. Das heißt, wir werden den spezifischen CO2-Rucksack, sag ich mal, pro Tonne Verkaufsprodukt nochmal um ein Drittel senken. Und wenn man bedenkt, wo wir herkommen, nämlich schon von 1990, haben wir bis 2018 schon unsere CO2-Last reduziert, dann würde ich sagen, ist das ein sehr sportliches und auch ambitioniertes Programm. Und ich würde sagen, das sind wir führend in der Chemieindustrie. Warum ist Ihnen vielleicht persönlich auch so wichtig, diese Klimaschutzziele zu erhöhen und überhaupt festzusetzen? Ich würde sagen, wirklich als Überzeugung. Ich bin ja nicht nur Vorstandsvorsitzender der BASF, bin ja auch Bürger und Mensch. Und ich bin Naturwissenschaftler. Und wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, dann finde ich es schon erdrückend, die wissenschaftlichen Befunde, die man sieht und dass es an vielen Stellen gleichzeitig auf der Welt Klimakapriolen gibt. Ich glaube, das kann man nicht mehr einfach nur abtun mit Statistik. Und Herr Larsner, ich habe zwei erwachsene Kinder und es ist schon auch interessant, wenn man dann zu Hause die Diskussionen sieht, wie natürlich sich schon die junge Generation dann auch um ihre Zukunft Sorgen macht, berechtigterweise. Und aus dem allem zusammen wurde mir eigentlich schon sehr, sehr früh klar, dass wir dafür kämpfen müssen, dass wir unsere Zukunft gestalten. Und das heißt deutlich schneller, als viele das wollen, CO2 zu reduzieren. Was sagen denn Ihre Kinder zum Beispiel ganz konkret zu Ihnen und was fordern Sie vielleicht von Ihnen auch als Vorstandsvorsitzender eines Chemiekonzerns? Zunächst einmal, ich würde sagen, die sind stolz, dass der Papa das als CEO bei der BASF treibt. Aber die machen sich natürlich schon Sorgen. Die sagen, was bleibt denn eigentlich für uns noch übrig? Was habt ihr schon verbraucht, was die nächste Generation nicht mehr hat? Die haben auch teilweise andere Verhaltensmuster, zum Beispiel, dass man kompensiert, wenn man fliegt. Und ich finde es schon sehr bemerkenswert, dass junge Menschen sich so positionieren. Und das ist für mich auch ein guter Feedback oder eine gute Rückkopplung, dass das, was wir eigentlich da in der Firma machen, wo ich auch sehr stolz drauf bin, die ganze Mannschaft dahintersteht. Aber dass wir vielleicht noch mal eine Schippe auflegen müssen. Schippe auflegen. Das kommt aus dem Bergbau, ne? Andi Oetius, Sie haben als Direktorin des Alfred-Wegener-Instituts im vergangenen Herbst, im Oktober, die Polarstern begrüßt. Die kamen zurück von der größten Arktis-Expedition aller Zeiten. Dort sind ganz wichtige Forschungsergebnisse gesammelt worden, um zum Beispiel auch Klimamodelle besser modellieren zu können. Der Expeditionsleiter Markus Rex hat genau an dieser Stelle hier im Futurium gesagt, wir haben dem Eis beim Sterben zugesehen. Was sind denn so Ihre Erkenntnisse, um Grunde genommen, aus dieser Arktis-Expedition? Also wir haben es ja dort zum ersten Mal geschafft, von einem Schiff aus mit der modernsten Beobachtungstechnologie den polaren Winter zu erforschen. Der arktische Ozean hat eine Meereisdecke drauf, ist ansonsten ein tiefer Ozean, da gibt es keine Wetterstation und es fehlt uns wirklich an Beobachtung, um zu verstehen, warum erwärmt sich im Norden der Erde der Winter so unglaublich schnell und was hat es mit uns zu tun, mit unseren Klimaphänomenen, Extremwettern, von denen wir ja gerade auch einige wieder erleben. Und diese Expedition hat also einen fundamentalen Schritt gemacht, Daten zusammenzutragen, wo wir Unsicherheiten in Erdsystemen und Klimamodellen haben und hat beobachtet, wie sehr sich der Planet schon verändert hat. Also zum Vergleich der Vorbild-Expedition von Friedhoff-Nansen, 125 Jahre zurück, ist der arktische Winter heute zehn Grad wärmer. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist eine Region der Erde und genau dieses Verständnis, wir reden um globale Ziele, aber währenddessen sind Teile des Planeten nicht mehr die, die wir noch als Kinder gekannt haben. Und wie das so weitergeht, das alles besorgt einem doch sehr. Sie persönlich wahrscheinlich auch erst recht, weil sozusagen im Laufe Ihrer Wissenschaftlerinnen-Karriere als Meeresforscherin haben Sie ja im Grunde genommen die Veränderungen auch schon ganz stark wahrgenommen, auch als Expeditionsteilnehmerin. Nämlich wie? Auf jeden Fall. Also ich bin jetzt schon bald 30 Jahre, mache ich Expeditionen und ich habe die Arktis noch so kennengelernt, wie sie eigentlich für eine Zeit steht, die nicht mehr da ist, wo das Meereis im Durchschnitt ein paar Meter dick war und nicht einen Meter oder weniger, wo es mehrjähriges Eis gab. Also dort, wo Lebewesen so ans Eis angepasst überleben, dass sie wirklich mehrere Jahre, also mehrere Jahresgenerationen an einer Eisscholle dran sind, gibt es praktisch nicht mehr. Und eben Augenzeuge zu sein, wie wir alle sind. Es sind ja alle Bürgerinnen und Bürger dabei und fragen sich, wie war eigentlich meine Kindheit oder was erzählen die Großeltern von einer Zeit, die vergangen ist, wo man eben nicht mehr in Hamburg auf der Alster immer Schlittschuh laufen geht im Winter. Und wenn man es alles zusammenträgt und dann noch in die Zukunft projiziert, da kommen wir dahin, dass wir nur sagen können, die Zukunft, auf deren Pfad wir schon gesetzt sind, da wollen wir nicht hin. Wir wollen jetzt unbedingt einen anderen Pfad einschlagen. Aber wie schwierig ist es denn auch als Wissenschaftlerin zu erklären, was die Zusammenhänge sind? Also man könnte ja jetzt auch sagen, die Arktis, naja, es ist schade, wenn das Eis schmilzt und wenn die Eisbären dann irgendwie dort nicht mehr leben können. Aber eigentlich betrifft es mich jetzt ja noch gar nicht so direkt. Wie kann man da die Zusammenhänge, ohne vielleicht auch so einen Alarmismus zu erzeugen, gut erklären? Also es ist so, dass die Wissenschaft einigermaßen in Teilen auch aus dem Erklärmodus rausgeht und eher versucht, mit verschiedenen Partnerinnen und Partnern Allianzen zu schmieden, dass man eben das Wissen nutzt, um ins Handeln zu kommen. Wir Wissenschaftler können mehr als nur warnen und Risiken herunterbeten. Wir sind ja auch aus der Wissenschaft, aus der Forschung kommen ja Lösungsangebote. Das ist auch immer nicht nur Hightech-Lösung. Es geht nicht immer um Erfindungen, die die Welt retten, sondern es geht vor allen Dingen ja auch um die Erkenntnis, dass Klimaschutz auch gleichzeitig was damit zu tun hat, Gemeinwohl zu organisieren, eine Form von Gerechtigkeit weltweit herzustellen, damit Menschen ihr Leben gestalten können mit mehr Gesundheit und besseren Ausblicken für die Kinder. Auch das ist Forschung und dass das als Paket der Gesellschaft angeboten wird, um Lösungen zu erarbeiten mit den Partnern. Das ist mir heute jetzt wichtiger noch mal zu sagen, als zu sagen, wir müssen immer nur alles erklären. Die Leute haben schon sehr viel verstanden. Aber wie kommen wir da raus? Was ist der Weg? Was sind die Schritte? Das ist wirklich schwierig. Darum soll es heute gehen. Eine Klimawissenschaftlerin und ein Vertreter des weltgrößten Chemiekonzerns. Warum ist es notwendig, miteinander zu diskutieren, Herr Budermüller? Ich glaube, wie Frau Boezus gesagt hat, die Zusammenmengen sind ja so komplex, dass auch die Lösungen komplex sind. Und man muss eigentlich feststellen, dass man das alleine sehr, sehr schwer kann. Auch für ein Unternehmen. Die BSF wird viele Partner brauchen. Schulterschluss mit natürlich Politik, mit Gesellschaft, aber auch mit anderen Industrieunternehmen auf der wissenschaftlichen Seite, auf der technologischen Seite. Und deswegen, ich glaube, man braucht einfach auch einen ganz, ganz breiten Austausch, sich zu inspirieren, die verschiedenen Perspektiven zu erkennen. Jeder hat ja meistens nur seine eigene. Und ich glaube, wenn man die besten Lösungen sucht, dann brauchen wir einfach diesen Austausch. Und deswegen freue ich mich auf den Austausch heute mit Frau Boezus. Ich bewundere das sehr, was in der Forschung alles heute auch an Erkenntnissen gewonnen wird. Und letztendlich müssen wir diese Erkenntnisse ja irgendwie umsetzen. Wir müssen aber auf der anderen Seite eben auch einen Weg finden, der funktioniert. Und mir war das gerade auch nochmal wichtig, was Frau Boezus gesagt hat. Jetzt ist ja immer alles grün, grün, grün. Aber wir müssen auch aufpassen, dass es nicht dreimal grün ist. Und es wird dann wirtschaftlich nicht mehr funktionieren und auch nicht mehr sozial. Wenn wir keine Unternehmen haben, die auch diese Transformation finanzieren können und wenn wir die Hälfte der Menschen auf dem Weg verlieren, dann haben wir auch nicht das Richtige gewonnen. Und ich glaube, solche Lösungen, da müssen wir alle zusammenarbeiten. Es ist eine Herkulesaufgabe und deswegen brauchen wir alle Schultern. Nun wollen wir gerne nochmal schauen, wo es Stellschrauben für mehr Klimaschutz geben kann. Also wir haben Fakten zusammengestellt. Meine Kollegin Christine Werner, wissenschaftliche Mitarbeiterin im Futurium, stellt Ihnen die Fakten vor. Ich fange beim Treibhauseffekt an. Von dem haben die meisten schon mal etwas gehört, was aber viele nicht wissen. Der Treibhauseffekt an sich ist erstmal eine gute Sache. Ohne ihn, ohne den natürlichen Treibhauseffekt, wären es nämlich bei uns auf der Erde nur eisige Minus 18 Grad. Und so funktioniert er. Kohlendioxid, also CO2 und andere sogenannte Treibhausgase in unserer Luft sorgen dafür, dass die Sonnenenergie, nachdem sie bei uns auf der Erde angekommen ist, nicht sofort wieder in den Weltraum verschwindet. Sie sorgen also dafür, dass es bei uns warm bleibt, so wie die Glaswände in einem Gewächshaus. Das Problem? Es gibt auch ein zu viel an CO2. Und dafür sind vor allen Dingen wir Menschen verantwortlich, die Kohlendioxid seit Jahrhunderten in die Luft pumpen. Die Folgen davon? Die Durchschnittstemperatur steigt jedes Jahr an und extreme Wetterereignisse, sowie Dürren oder Hurricanes, werden immer häufiger. Aber auch an anderer Stelle merken wir den Klimawandel. Die Temperatur der Meere steigt, die Polarkappen des Polareis schmilzt und die Meeresspiegel steigen. Und dazu kommen noch sehr viel komplexere Auswirkungen. Zum Beispiel Hungersnöte wegen schlechten Ernten oder Überflutungen an einer Stelle und Wasserknappheit an einer anderen Stelle. Der Rückgang der Artenvielfalt. Zusammengefasst, für uns und alle anderen Lebewesen auf diesem Planeten wird es ganz schön brenzlig. Wo aber kommen denn diese Treibhausgase überhaupt her? Schauen wir mal auf Deutschland. Bei uns sind es vor allem vier Bereiche unseres Lebens, die die meisten Treibhausgase verantworten. Das sind einmal an erster Stelle die Energiewirtschaft. Also zum Beispiel die Treibhausgase, die entstehen, wenn wir Strom in unseren Kraftwerken herstellen. Platz zwei teilen sich der Verkehr und die Industrie. Zur Industrie gehören zum Beispiel die metallverarbeitende Industrie, die Zementherstellung und auch die chemische Industrie. Und dann haben wir noch an dritter Stelle die Hauswärme. Das sind die Treibgase, die entstehen, wenn wir unsere Gebäude heizen. Dazu kommen noch Landwirtschaft, Bodennutzung und einige weitere Quellen. Jetzt habe ich sie gerade schon genannt, die chemische Industrie. Warum ist es auch gerade wichtig, über die Chemieindustrie zu sprechen, wenn wir Klimaschutz machen wollen? Naja, um das zu verstehen, ist es zuerst mal wichtig, zu verstehen, woher denn in der Chemieindustrie Treibhausgase kommen. Und die kommen zu uns über drei verschiedene Wege. Nummer eins, Energie. Die Produkte, die die Chemieindustrie herstellt, sind hoch in Energie und brauchen in ihrer Herstellung hohe Drücke und hohe Temperaturen. Das liegt einfach in der Natur der Sache. Und um die herzustellen, wird zum Beispiel Erdgas verbrannt, das dann als Kohlendioxid wieder in unserer Luft landen kann. Nummer zwei, die Reaktionen selber. Denn bei einigen dieser Reaktionen fällt CO2 und fallen andere Treibhausgase als Nebenprodukte an, die wieder in unserer Luft landen können. Und der dritte Posten, der versteckt sich ein kleines bisschen und zwar in den Produkten der Chemieindustrie. Diese, zum Beispiel Plastik, bestehen nämlich vor allem aus Kohlenstoff. Und wenn sie gegen Ende ihres Lebens weggeworfen und verbrannt werden, dann kommt dieser Kohlenstoff eben auch wieder in Form von CO2 in unsere Luft. Nimmt man das alles beieinander, dann kommt ganz schön was zusammen. Schätzungen zufolge kommen ganze sieben Prozent der weltweiten Treibhausgasemissionen aus der Chemieindustrie. Und da frage ich mich natürlich, wie schaffen wir es, auch die Chemieindustrie für eine nachhaltige Zukunft aufzustellen? Vielen Dank. Also die Dekarbonisierung der Chemie ist wahrscheinlich nicht möglich, weil die Chemie basiert ja zu einem maßgeblichen Teil auf dem Rohstoff Kohlenstoff, wovon wiederum ein beträchtlicher Teil als CO2 in die Atmosphäre ausgestoßen wird. Dennoch, BASF hat sich zum Ziel gesetzt, die Produktion künftig CO2-neutral auszubauen. Wie geht das, Herr Bruder-Müller? Also zunächst mal beim Wort Dekarbonisierung, da schüttelt es uns ein kleines bisschen, weil von den 100 Prozent Kohlenstoffatome, die wir einkaufen, landen 75 Prozent in unseren Produkten, die wir verkaufen, die die Gesellschaft braucht. Und 25 Prozent letztendlich über den Energiebedarf, den Frau Werner gerade berichtet hat, dann in der Atmosphäre. Insgesamt, klar, das ist natürlich energiereiche Umsetzung und das ist die Thermodynamik, die wir natürlich nicht überlisten können. Aber wir können natürlich darüber reden, welche Energie oder welchen Typ von Energie setzen wir ein. Heute ist das üblicherweise alles fossil befeuert. Das ist einfach natürlich das, was sozusagen von den Kosten her auch die beste Lösung ist. Aber man kann sich natürlich vorstellen, dass man das auch ganz anders macht, zum Beispiel über Elektrizität. Man kann elektrifizieren und ich glaube, das ist der Schlüsselweg nach vorne in die Zukunft. Und es muss natürlich dann Elektrizität und Strom sein, der aus erneuerbarer Energie hergestellt ist. Und das ist was, mit dem wir uns gerade im Moment sehr, sehr intensiv beschäftigen. Und wir haben diese ganzen Aktivitäten, sehr viel Forschung, aber natürlich jetzt auch zunehmend Investitionen in dem sogenannten Carbon Management Programm zusammengefasst. Und ich glaube, das beschreibt das, was ich am Anfang gesagt habe. Wir müssen eben gucken, wo der Kohlenstoff nachher bleibt. Da reden wir sicherlich nachher über Kreislaufwirtschaft auch noch und eben über die Energiethemen. Und das ist was, wo die BRSF sich ganz intensiv jetzt damit beschäftigt und damit dann auch die Weichen für die Zukunft stellt, dass wir natürlich dann am Ende auch irgendwann bei 2050 auch net zero sind. Da muss der Endpunkt der Reise natürlich sein. Thermodynamik kann ich noch mal kurz fragen. Also das ist sozusagen die Umwandlung von... Aber das nur die Männer Thermodynamik fragen und die Frauen dann, was sie einkaufen gehen, ne? Ach so, ich kann auch ganz... Aber jetzt kannst du auch erklären, was die Thermodynamik... Genau, ich habe es mir sogar angeguckt vorher. Also Thermodynamik heißt aus sozusagen Stoffarmen oder so energiearmen Stoffen, energiereiche Stoffe herzustellen. Oder umgekehrt. Oder umgekehrt auch. Also auf jeden Fall braucht man da besonders viel Energie, heißt das, ja? Also es ist die Lehre des Energiewechsels bei chemischen Reaktionen. Worauf möchten Sie denn gerne antworten? Ich möchte gerade noch mal das Wort Kreislauf aufgreifen, weil das ja das Fantastische an der Natur ist, zumindest die wir uns so denken können, dass die Kreisläufe zwischen CO2-Aufnahme, Biomasse draus machen und dann wieder gefressen werden, atmen und das Zurückgeben fast perfekt eingestellt war in den letzten 10.000 Jahren. Und davor auch immer wieder. Die Erde ist empfindlich. Wenn sie erwärmt wird, dann pustet sie aus dem Boden, aus den Wäldern mehr CO2 und aus den Ozean auch mehr CO2 in die Luft. Sie kann aber auch eben einen kälteren Zustand einnehmen. Und sie kann diese feine, wundervolle Gleichgewichtszustand annehmen, in dem wir Menschen entstanden sind im Holozean. Und genau diese Idee, dass wir in unserem industriellen Handeln oder überhaupt in unserem Energiehunger, in unserem Hunger nach Materialien aber das schaffen, den Kreislauf zu berücksichtigen, der eigentlich vorgegeben ist als Leitplanke in der Natur, das wäre eine Möglichkeit, um weiterzukommen. Es ist aber eben nicht organisiert bei vielen Dingen. Und gerade Dekarbonisierung meint das ja eben nicht, natürlich, dass es keinen Kohlenstoff mehr gibt in unseren Produkten. Wir selber bestehen ja aus Kohlenstoff. Aber dass wir es schaffen, in Gleichgewichtsformen zu denken. Aber CO2-neutral ist doch im Grunde genommen dann auch irgendwie ein Begriff, der nicht so ganz richtig ist. Na gut, wenn die Bilanz am Schluss eben tatsächlich ist, dass wir keine CO2 emittieren. Das heißt, wir müssen den Kohlenstoff managen, wie gesagt, den einen Teil im Kreislauf führen. Wir müssen möglichst viel vermeiden. Und der Teil, der dann entsteht, den müssen wir über verschiedene Reaktionen, da kommen wir ja vielleicht nachher auch nochmal auf den Wasserstoff, dann tatsächlich auch wieder in Produkte überführen. Insofern muss die Bilanz einfach am Ende so sein, dass kein CO2 übrig bleibt aus dem Handel. Ich glaube, was fundamental wichtig zu verstehen ist, und das ist tatsächlich was, was noch nicht alle Menschen so wissen, ist, dass das, was wir als Energiequelle nutzen, Kohle, Gas und Öle, ja eben zusammengekommen sind über Millionen von Jahren. Und eigentlich der große Speicher der Erde ist ein Teil dieses Balancehaltens auch vom Klima. Und wir haben den jetzt in einer Geschwindigkeit in die Luft gejagt. Das ist unbeschreibbar, wenn man sich die Erdsystemzeitskalen anschaut und sieht, wann war mal mehr oder weniger CO2 in der Atmosphäre, dann reden wir über Hunderttausende bis zu Millionen von Jahren. Aber wir haben seit 1950 etwas simuliert, was die Erde an sich vielleicht über ein paar Hunderttausend Jahre nur erzeugen kann. Und diese Geschwindigkeit bedeutet, es gibt überhaupt kein Gleichgewicht mehr für nichts und für keine Anpassungsmöglichkeiten. Das ist das, was eben so unruhigend ist. Wir haben gerade auch über Produkte oder Sie haben über Produkte gesprochen. Vielleicht muss man das auch nochmal erklären, weil Chemieindustrie, da stellt man sich irgendwie Chemie vor. Aber im Grunde genommen sind das wirklich 45.000 Produkte, habe ich gelernt bei BASF. Was sind das zum Beispiel für Produkte? Ja gut, die chemische Industrie steht natürlich oft an den Wertschöpfungsketten ganz am Anfang. Das heißt, viele der produzierenden Industrien brauchen Materialien oder Chemikalien, um sozusagen die ganzen Verbraucherprodukte herzustellen. Das geht natürlich vom Kunststoff in einem Auto über Haarfärbemittel, über Kosmetika, über ein Shampoo, überall ist Chemie drin. Pflanzendünger. Auch das. Insofern ist das natürlich eine sehr große Palette und kein Unternehmen auf der Welt hat es auch so breit angelegt wie die BASF. Und deswegen haben wir natürlich auch dann andere Möglichkeiten, dem Ganzen zu begegnen, weil das ist nachher auch ein Thema der Größe und der Vernetzung, wenn wir über technologischen Fortschritt sprechen, unseren sogenannten Verbund, wie wir das bei der BASF nennen, da besonders gut anzusetzen zu können. Nun haben Sie gerade entschieden, auch dass eben über alle Produkte, die BASF verfügt oder herstellt, eben ganz transparent die Emissionsdaten festgeschrieben werden können. Ist das zum Beispiel eine gute Idee auch für Verbraucher, für Kunden, also um so einen Kreislauf vielleicht auch besser herzustellen? Ja, welche Indikatorik man da am besten nehmen kann, das ist nicht so ganz einfach herzustellen. Als Verbraucher will man ja auch nicht eine Stunde im Supermarkt stehen und erstmal alles lesen müssen, um dann zu wissen, welche von den beiden Buttern hat jetzt nun weniger CO2 emittiert. Und das nicht so kompliziert zu machen, ist eine der wichtigen Stellschrauben, die einfachen Schritte zu wählen. Und ich glaube, das kann man schnell runter reduzieren, dass vor allen Dingen die Frage, welche Energie am Anfang eingesetzt wird, dass das die Hauptfrage ist, mit der wir uns jetzt eigentlich zurzeit beschäftigen müssen. Aber ich glaube, Transparenz muss am Anfang stehen. Und ich glaube, wenn der Vergleich mit dem Supermarkt, der ist eigentlich gut, es ist heute vollkommen normal, dass sie Kilokalorien, dass sie den Zuckergehalt bei einem Nahrungsmittel wissen und sich damit orientieren können, wie möchte ich ernähren, wie möchte ich meine Ingredienzen zusammenstellen. Und ich glaube, das müssen wir auch machen. Und deswegen hat die BASF den Schritt gewählt, dass wir ab Ende des Jahres praktisch allen unseren Kunden für jedes Produkt, was sie bei der BASF kaufen, sagen, wie viel CO2 ist sozusagen entstanden auf dem Herstellungsweg. Und da ist es dann schon eine Riesenmöglichkeit, auch mit den Kunden zusammen, und das ist unser Ziel, zu reden, wie bekommen wir den runter. Wenn jetzt ein Autohersteller, ohne einen Namen zu nennen, sagt, meine Autos sind in 2039 CO2-neutral, dann kann man das nur schaffen, indem man alle die Rohstoffe, die er einkauft zur Herstellung, inklusive seinen eigenen Prozesses CO2-frei gestaltet. Und das heißt, die Kunden kommen jetzt zu uns und die reden natürlich darüber und sagen, was können wir denn gemeinsam machen, das runterzubekommen. Und da haben wir dann die verschiedenen Technologien. Und ich glaube, da setzt sich dann auch nochmal was in Gang, über was wir auch reden müssen. Diese Veränderungen, die bewirken natürlich auch, dass Kosten sich ändern. Das heißt, es werden verschiedene Produkte in der Gesellschaft, wenn wir sie CO2-frei haben, dann auch teurer. Das heißt, der Warenkorb, für den man sein Geld ausgibt, der wird sich verändern. Ist aber prinzipiell nichts Schlimmes. Aber deswegen, wir müssen darüber sprechen. Und deswegen fängt es mit Transparenz und Verständnis an. Und wir müssen dann auch, glaube ich, überlegen, weil wir ja auch nicht alles gleichzeitig machen können, wo sind denn die besten Hebel, die wir am schnellsten machen würden können, wo wir es dann auch kostenmäßig gut hinkriegen, auch für den Verbraucher, und wo wir vor allem schnell die größte Wirkung erzeugen. Es redet immer alles über die letzte Meile Carbon Zero, Net Zero in 2050. Hier muss ich ganz ehrlich sagen, mich interessieren die ersten drei Meilen. Wie komme ich denn jetzt mal in Fahrt und kann was machen? Den Kopf kann ich mir nachher zerbrechen, was dann auch an Technologien in 2045 da ist für die letzte Meile. Das Schwierige ist halt, dass man da schon gegen den Berg anlaufen muss, weil im Moment ist unsere Welt so eingestellt, auch in Deutschland, in Europa, überall ist die Welt so eingestellt, dass alles, was darauf einzahlt, einfach fossile Brennstoffe weiter zu nutzen, billiger, einfacher ist. Und das, wenn man die Ziele befolgen will, wenn man sparen will, wenn man andere Materialien nutzen will, wenn man regenerative nutzen will, dann ist alles teurer, umständiger, schwieriger, manchmal sogar verboten. Und dieses Gefälle andersrum zu stellen, dass wir praktisch zu unseren Zielen in den Berg runterrollen, anstatt ihn mühsam hochkriechen, das ist eine Riesenaufgabe, an der wir eben gemeinsam arbeiten müssen. Das kriegen wir aber nur gemeinsam hin. Und transparent fängt an. Man merkt schon, gemeinsame Diskussionen haben auch schon vorher stattgefunden. Die beiden sind nämlich beide Mitglied des Hightech-Forums. Und zwar ist das ein Gremium, was die Bundesregierung zur Hightech-Strategie 2025 berät. Worüber wird da diskutiert? Was ist das genau für ein Gremium? Wir sind, glaube ich, zeitgleich berufen worden in die neue Runde des Hightech-Forums. Und dort wird eine Strategie geschrieben, wie kommen wir mit Hightech im Gesamten weiter. Dabei ist aber Hightech jetzt nicht nur Roboter oder ähnliches Science-Fiction-Technologie gemeint, sondern unter Umständen auch ganz einfache soziale Innovationen, Technologien, die uns Menschen insgesamt weiterbringen. Und da werden Expertinnen und Experten aus Wirtschaft, aus Kultur, aus Wissenschaft zusammengesetzt mit der Politik, mit verschiedenen Ministerien und überlegen eben, wie kommen wir weiter? Was sind die Blockaden? Was für Missionen nehmen wir uns vor, in denen wir zusammenarbeiten, um eben in die Zukunft zu kommen? Herr Bodermüller, Sie sind bei BASF auch für die Forschung zuständig. Woran wird denn da gerade geforscht? Also für welche oder an welchen Alternativen, vielleicht an Treibhausgasarmen Alternativen für Industrieproduktion? Ich sprach ja vorhin von dem Carbon-Management. Die Reise beginnt ja, sich selber zu verstehen. Wie sind die Zusammenhänge? Wo entsteht CO2? Welche Technologien brauche ich denn eigentlich, um die sozusagen graduell wegzubekommen? Und ich sage Ihnen heute, wir haben uns so gut verstanden, dass wir technisch wissen, wie man das CO2 wegbekommt. Und das heißt natürlich, sich denn dieses Technologieportfolio zusammenzustellen, was man dann wirklich braucht. Das sind viele, viele Technologien. Da sind ein paar heute vorhanden, aber ein paar muss man auch entwickeln. Daher kommt auch aus unserer Strategie, dass wir sagen, bis 2030 klimaneutral wachsen. Und dann muss die Reise nochmal absolut nach unten gehen, weil wir natürlich auch eine Induktionsperiode haben. Wir müssen die Technologien entwickeln und dann ausprobieren. Und bei der chemischen Industrie haben Sie so Investitionszyklen von vier, fünf Jahren. Das heißt zwischen Planung und Inbetriebnahme. Und deswegen haben wir auch gar nicht mehr so wahnsinnig viel Zeit bis 2030. Das sind nämlich genau zwei Zyklen. Die erste wollen wir jetzt nützen, relativ schnell in Pilotanlagen die Technologien sozusagen ausprobieren. Und in der zweiten Hälfte der Dekade bis 2030 wollen wir sie dann skalieren, dass wir dann in 2030 auch wirklich einen Beitrag leisten können zu der Reduktion. Und brauchen Sie dann irgendwann keine Erdöl mehr, um in der chemischen Industrie Produkte herzustellen? Das wird noch eine ganze Weile dauern. Aber ich meine, am Ende müssen wir darüber reden. Wir werden im Wesentlichen von der Energieseite her Elektrizität, also erneuerbaren Strom benutzen. Wir werden sehr viele Produkte im Kreis fahren. Und damit wird der Kohlenstoff sozusagen rezykliert. Und wir werden auch gleichzeitig vermutlich viel mehr biobasierte Rohstoffe einsetzen. Und damit kommen wir vielleicht schon irgendwann mal an den Punkt, wo das ist. Der ist aber ziemlich weit weg, weil das eine große, große, lange Reise ist. Ziemlich weit weg, was heißt das? Na gut, 2050 ist, glaube ich, so ein Ziel, wo man das vielleicht anvisieren muss. Aber keiner weiß genau, ob heute bis 2050, wie es wirklich geht. Aber lassen Sie uns die ersten Schritte machen. Da soll Deutschland nämlich klimaneutral sein. Das sagt zumindest die Bundesregierung. Nicht nur Deutschland, nicht nur der Welt. Genau, die ganze Welt. Also Sie haben vor allen Dingen an der Nachhaltigkeitsstrategie gearbeitet im Hightech-Forum. Auch an der Partizipationsstrategie. Also eines, was man immer wieder feststellt, ist eben, wenn man schnell umbauen will. Und die Zeit läuft ja wirklich. Es ist ja eine Dekade, in der, genau wie Sie gesagt haben, alles geschafft werden muss, damit wir irgendwie diese Klimaziele erreichen können. Und das geht natürlich nur gemeinsam. Und wie man also diesen großen Umbau, den es braucht, nicht nur in Deutschland, mit allen Partnern zusammen, über alle Sektoren hinweg, wie man das eben mit der Gesellschaft, mit Bürgerinnen und Bürgern zusammenschafft, das geht natürlich nur, wenn zur Hightech-Strategie auch die Beteiligung von Bürgern mitgedacht wird. Wenn Menschen sehen, hier ist meine Chance, hier kann ich mitmachen, so kann ich mein Haus, mein Viertel, meine Stadt tatsächlich verbessern. Und das ist auch ein Papier, an dem wir gearbeitet haben. Also wir kommen wieder zurück zum Verbraucher, zum Kunden, zu den BürgerInnen. Ich finde ganz interessant, Maja Göpel, die Nachhaltigkeitsforscherin und Ökonomin, hat einen Leitsatz verkündet. Also sie wandelt Kant im Grunde genommen ab und sagt, konsumiere so, dass du wünschen kannst, dass es dir alle gleich tun könnten. Also es geht einfach darum, dass in unserer saturierten Welt die Lebensqualität mit weniger Ressourcenverbrauch erreicht werden muss. Also das ist einfach klar, die Ressourcen sind endlich. Der Club of Rome hat es 1972 schon gesagt und das ist heute aktueller denn je, würde ich sagen. Wie können wir vielleicht, ja, wie kann man das kommunizieren? Wie müssen wir da als Gesellschaft handeln? Ja, ich glaube, ich bin selber geschockt gewesen, wie jetzt die Pandemie lauter solche Dinge aufdeckt, wo man sich normal gar keine Gedanken darüber macht, wie zum Beispiel, was jetzt alles weggeschmissen werden muss, weil es keiner mehr gebraucht oder weil auch eben eine Vielfalt von Produkten immer zu erzeugt wird, die dauernd weggeschmissen werden. Das ist ja gerade in der Lebensmittelindustrie gigantisch, was für Materialien am Ende einfach nur verbrannt werden und vernichtet werden, weil wir uns einbilden, wir brauchen eine bestimmte Welt, so wie wir sie jetzt kennen, aber erst seit einer Dekade. Unsere Großeltern kannten die so gar nicht. Und dass alles verfügbar sein muss. Alles immer verfügbar, alles gleich schnell. Und dann ist es ja aber doch nicht verfügbar, wenn es um Dinge geht, die uns richtig wichtig sind. Und diese Neusortierung, das ist ein Schritt, den, glaube ich, jetzt viele Menschen sich vorgenommen haben, nochmal zu verstehen, was brauche ich eigentlich? Und wie kann ich etwas gebrauchen, um nicht gleich allen möglichen anderen Menschen oder auch der Natur dem Leben wegzunehmen? Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen esoterisch an, aber genau darum geht es ja. Das ist ja Teil des Kreislaufes, dieses Denken. Wie kann ich das, was ich verbrauche, wie kann das mir am meisten gut tun? Und wie kann es auch so sein, dass ich nicht dafür anderes vernichte? Menschen bleiben ja immer gern bei dem, was sie gewohnt sind. Das ist das Komfortabelste. Und ich glaube deswegen wirklich nochmal, es fängt mit Transparenter auf. Wir brauchen viel Aufklärung. Welche Dinge, die man eigentlich tut, haben denn welche Konsequenzen beim CO2 und beim Thema Energie? Ich finde aber auch, die Corona-Krise hat ja auch ein paar positive Aspekte vorgebracht. Es dürfen Leute gerade nicht reisen. Ich glaube, es ist auch die große Frage, ob die Reiserei wieder an den Punkt zurückkommt. Also in der Geschäftswelt kann ich Ihnen sagen, werden wir nicht mehr alle den Wahnsinn betreiben, für jede Konferenz und jedes Meeting irgendwo hinzufliegen. Und die Frage ist auch, ist das privat so? Die Leute haben jetzt auch gesehen, im nahen Umfeld, man kann auch mit dem Rad fahren und kann seine Freizeit auch schön verbringen. Also ich glaube, da kommt schon... Und man kann Sport machen, weil in Zukunft kann man ja gerade nicht mehr werden. Also es kam eine ganze Menge eigentlich in Bewegung, auch in der Art und Weise, wie man lebt. Und da gehören natürlich auch neue Produkte dazu. Ich meine, das ganze Thema Elektromobilität, was noch so ein bisschen zaghaft sozusagen akzeptiert wird. Ich selber fahre auch ein Elektroauto. Und wenn sie einmal gefahren sind, sind sie eigentlich infiziert. Und da sieht man schon, wenn man das richtig macht, Aufklärung, dann auf der anderen Seite Zusammenarbeit, da haben wir dann den Streit Auto und Ladesäule. Das ist auch ein gutes Beispiel, wo das gesamtheitlich gemacht werden muss. Die Regulierung drumherum muss stimmen. Und ich glaube, wir können da schon verschieben. Und dann sind es einfach auch neue attraktive Angebote, die einfach dann auch ein Leben verändern. Und wenn das alle tun, dann verändert sich auch in der Gesamtheit, was in die richtige Richtung. Aber muss man da vielleicht nicht sogar ein ganz großes Umdenken anstrengen? Also vielleicht ist dieser wirtschaftliche Gedanke des Wachstums gar nicht mehr aufrechtzuerhalten. Also widerspricht sich nicht der Wachstumsgedanke mit den Klimazielen? Na gut, also bisher hat es, glaube ich, noch keine Volkswirtschaft geschafft, nicht zu wachsen, wenn gleichzeitig nicht alle möglichen Faktoren wachsen. Aber es ist natürlich die Frage, ist das immer nur quantitativ oder ist es auch qualitativ? Und es kann natürlich für eine Firma auch bedeuten, eine andere Firma schrumpft und wächst nicht. Und eine erfolgreiche Firma, die die richtigen Dinge macht und sich auf den richtigen Pfad gesetzt hat, dieses Team, dieses Firmenteam wächst. Also ich glaube, man muss es etwas differenzierter betrachten. Aber so ganz ohne Wachstum in keinerlei Dimension haben wir es auch noch nicht geschafft. Aber genau, Maja Göppel, um Sie nochmal zu zitieren, sagt irgendwie, die Transformation von Unternehmen muss irgendwie so gedacht werden, dass eine umfassende Systemänderung auch im Gesetzesrahmen der Marktwirtschaft stattfinden kann. Kann man sich das nicht irgendwie vorstellen, dass man wirklich auch den Ressourcenverbrauch, über den wir auch gesprochen haben, mit einberechnet ins Bruttoinlandsprodukt? Also das wird man müssen. Und das geht wieder auf das Thema Transparenz zurück. Also ich bin auch fest davon überzeugt, wir werden das nur schaffen, wir haben über den Schulterschluss gesprochen, wenn auch die Politik entsprechend eingebunden ist. Wenn wir meinen, mit dem, was wir heute haben an Regularien und auch im Klein-Klein verändern, werden wir das hinbekommen, das wird nicht der Fall sein. Wir brauchen eine neue Art der Regulierung, die nicht bestraft, sondern die eigentlich incentiviert und die lenkt, damit es in die richtige Richtung geht. Ich mache das mal wirklich deutlich am Beispiel noch mal erneuerbaren Energien. Wir werden riesengroße Mengen an erneuerbarer Energie brauchen. Die BASF braucht zum Beispiel in Ludwigshafen viermal so viel Elektrität, vermutlich am Ende dieser Reise wie heute. Und die muss ja irgendwo herkommen. Da können wir darüber reden, wie viel Windpark gibt es. Aber wenn Sie zum Beispiel heute auf die Landschaft gucken in Deutschland, wir haben den teuersten Strom in der Welt. Wir haben EEG, wir haben Stromstreuern, Netzgebühren. Wenn eine Kilowattstunde 18 Cent kostet und in anderen Stellen in der Welt 5 Cent, dann werden wir das nicht mit Wettbewerbsfähigkeit hinbringen. Wenn wir aber darüber reden, wie schaffen wir es denn, dass die 5 Cent aus einer wettbewerbsfähigen Herstellung in einem Offshore-Windpark dann auch beim industriellen oder beim privaten Verbraucher landen und das völlig neu gestalten, den Mut haben, das ganz neu aufzusetzen, zusammen hinzusetzen und sagen, wie muss denn das aussehen, dass das funktioniert. Dann haben wir eine positive Regulierung. Dann bin ich auch fest davon überzeugt, dass ein Großteil dieser Reise gelingen kann unter Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit. Das muss oben stehen, denn wir wollen ja nicht Wohlstand verlieren und wir wollen auch nicht Jobs verlieren. Das müssen wir einfach in diese Formel mit einrechnen. Aber ein Teil, so wie Wachstum gemessen wird, hat eben gar nichts mehr mit dem gefühlten menschlichen Wohlstand und Wohlergehen zu tun. Und da gibt es ganz, ganz tolle Möglichkeiten, das anders zu bauen. Und ich denke, das ist das, was Maja Göbel auch meint. Die Welt neu denken, weil wir arbeiten. Aber immer wieder gibt es ja Umbrüche. Es ist ja auch nicht so, dass immer in dem gleichen System der Finanzmärkte bisher gearbeitet worden ist. Den Umbruch jetzt aber so hinzukriegen, dass er doch wieder mehr auf die Menschen und das Leben, das wir brauchen, mit dem wir vernetzt sind, einzahlt und auf die nächsten Generationen. Das ist eben die Herausforderung. Also wie würden Sie sagen, kann Wohlstand in Zukunft aussehen für die Menschen? Diese Idee des Wohlstandes, worüber ich viel nachdenke, ist eben, wie ist eigentlich die pro Kopf gedacht? Weil wir bewegen uns ja in der ganzen Zeit und das ist ein Wachstum, was man nicht leugnen kann. Wir werden einfach mehr Menschen auf diesem Planeten die ganze Zeit. Und zu verstehen, dass das, was wir als Menschen gedacht geschafft haben, zum Beispiel Reduktion von Hunger, im Prozentsatz mehr Kinder, die zur Schule gehen können weltweit. Wenn man das aber in Köpfe umrechnet, dann gibt es noch nie eine Zeit, in der so viele Menschen gehungert haben oder nicht wussten, was am Ende des Monats los ist oder was aus den Kindern werden soll. Und das bedrückt mich, zu verstehen, dass es ein System ist, ein Planet, ein Raumschiff, Erde, auf dem wir alle unterwegs sind und dass das ganz eingebildet ist und nur für kurze Zeit geht, sich zu denken, na, da machen wir uns mal hier so eine kleine, feine Region, in der alles schön ist und woanders klappt gar nichts mehr. Und das ist für mich Wohlstand. Für mich persönlich ist es, die Sicherheit zu haben, dass dieser Wohlstand sich ausbreitet, dass er sich vermehrt, dass er vielleicht selber wie ein Virus ist und andere ansteckt und nicht, dass das reduziert wird und die Gesellschaft sich ausspaltet in einen Teil mit etwas Wohlstand und einen Teil, ein Riesenteil ganz ohne. Aber wie kann das gesteuert werden? Also ich habe nicht das Gefühl, dass das von alleine passiert. Nein, sicherlich nicht. Da geht es eben um Regeln, aber es geht auch darum, wie ist eben dieser Umbau organisiert. Das, was uns ja so dahingetrieben hat, wo wir heute stehen, ist die völlige Externalisierung von allen Kosten, die auf Klima, Umwelt, auf die Gemeingüter, den Ozean, die Atmosphäre einzahlen. Und je mehr man dabei ist zu verstehen, dass unser Leben, wie wir es gestalten, eben Spuren in der Natur hinterlässt und bei anderen Menschen, je enger das beieinander geführt wird, umso schneller kann sich das auch in anderen Gesellschaften, in anderen Regionen verbreiten. Auch wenn es in eine Region wie Europa mit dem Green Deal große Ambitionen gesetzt hat und damit auch in gewisser Weise rausmarschiert. Wir werden es aber nur schaffen, wenn die anderen Regionen und Länder relativ schnell mitmachen. Und wir werden, und da kommen wir auch wieder zum Schulterschluss, auch dem Internationalen, wir werden dann auch verschiedenen Regionen verschiedene Aufgaben zuweisen müssen. Ich meine, der Amazonas, der nun leider immer abgeholzt wird und immer weniger wird, der wird halt dann vielleicht auch die Aufgabe und die Menschen, die dort haben, werden ihren Wohlstand beziehen aus der Funktion, eine CO2-Senke zu sein und sozusagen CO2 absorbieren. Wir können uns dann auch vorstellen, in Europa, wenn wir so viel erneuerbare Energie brauchen, dass es Regionen gibt, wo es keine Industrie gibt, aber viel Sonne und Wind, dass die eben die Aufgabe haben, Energie zu produzieren, die irgendwo an der anderen Stelle in Europa dann verbraucht wird. Und deswegen nochmal, wir kriegen es nicht hin, wenn wir im Kleinen denken. Es geht immer besser, am besten wäre es natürlich, es gäbe ein Modell Welt. Das ist aber, glaube ich, ideal gedacht. Aber wir müssen zumindest mal bei dem Thema nicht nur Deutsch denken, sondern Europäisch, sonst haben wir gar keine Chance. Und ich glaube, das sind große Chancen, gerade das Thema Energie, was ich gerade gesagt habe, kann auch eine integrative Wirkung haben in Europa, indem wir solche Aufgaben sozusagen auch in strukturschwache Gebiete bringen und damit auch den Menschen dort eine Perspektive zu geben, Wohlstand zu erhöhen. Also es ist sehr kompliziert, aber es sind auf der anderen Seite auch viele Hebel und viele gute Ideen, wie man Dinge besser machen kann, als wir sie heute machen. Gerade, dass das eben so global ist. Also dem Klima ist es, was wir Menschen alle spüren, den Klimawandel, da ist es im Grunde egal, was genau der einzelne, der einzelne Sektor, das einzelne Land macht. Wir haben diese Klimaziele, um überhaupt Ziele zu haben, für die wir uns organisieren können. Aber eigentlich geht es darum, es global zu organisieren. Und diese Aufgabe, da denkt jeder, das schaffen wir doch nie. Aber es ist doch so einfach mit wenigen Schritten, und so lasse ich mich von Klimaökonomien immer überzeugen, kann man, wenn man eben die Blockaden wegnimmt, die falschen Subventionen, den ungerechten Preise, kann man ganz schnell vorankommen. Ist denn die CO2-Bepreisung eine gute Idee, die seit diesem Jahr eingeführt worden ist, 25 Euro pro Tonne CO2? Also es wird ohne eine CO2-Bepreisung nicht gehen. Und es ist auch vollkommen klar, dass es einen steigenden CO2-Preis geben muss. Was zum Beispiel für die Industrie extrem wichtig ist, dass sie den planen können. Wir haben solche großen Mengen an Kapital, die wir einsetzen müssen, wo wir einfach wissen müssen, welche Rahmenbedingungen habe ich die nächsten 10, 15 Jahre, da auch irgendwie eine Rendite drauf zu finanzieren. Das heißt, sie muss steigen, er muss aber auch nicht so schnell steigen, dass er einem sozusagen stranguliert. Aber es muss vollkommen klar sein, wenn ich heute was nicht mache, und ich kriege mein CO2 nicht weiter, dann hat es die Konsequenz, in fünf Jahren die und die Kosten zu haben. Deswegen ist es ein wichtiges Modell. Aber ich wehre mich auch dagegen, weil so einige meinen, naja, mach jetzt halt einfach mal den CO2-Preis hoch genug, dann bewegen die sich alle. Dann haben sie schon vorher verloren, weil sie die Wettbewerbsfähigkeit verloren haben. Und dann gehen eben Carbon-Leakage-Investitionen hin, in andere Regionen, es machen Unternehmen zu, es modizieren dann irgendwo an einer anderen Stelle der Welt mit noch mehr CO2, da helfen wir uns ja wirklich nicht. Und nochmal, da kommt es eben zusammen. Also wenn Sie zum Beispiel für Erneuerbare den Energiepreis niedermachen, so dass es eigentlich attraktiv ist, in Erneuerbare zu gehen und gleichzeitig den CO2-Preis hochfahren, dann weiß jedes Unternehmen genau, wenn ich bei meiner alten fossilen Befeuerung wäre, steigen meine Kosten jedes Jahr. Und ich weiß genau, wenn ich dann die billige elektrische, erneuerbare Energie habe, dann kann ich heute eine Investition machen, mit der ich den Return habe. Also die Dinge müssen zusammengreifen. Deswegen, es ist leider kompliziert und deswegen scheut sich auch der eine oder andere Politiker und ich habe viele von den Diskussionen, die immer alle einziehen, ja, Sie haben vollkommen recht, machen Sie doch, wir unterstützen das. Aber wenn es dann darum geht, wirklich mal an das Ding dranzugehen, dann ist es halt sehr komplex. Und es wird dann bei deutschen Themen wie einem EEG, was mir immer sehr am Herzen liegt, dann auch sehr schnell europäisch. Da gibt es ein Beihilferecht in Brüssel, was dann da auch wieder hindert. Aber das hilft ja nicht. Wenn wir es wirklich bewältigen müssen, müssen wir da drangehen. Bleiben wir doch kurz beim EEG. Also was ist da das Problem für Sie? Dass es einfach hohe Kosten sind, macht den Strom teuer. Und wenn der Strom das Hauptmedium ist, diese Transformation hinzubekommen und wenn Sie dann für ein energiereiches Unternehmen wie unseres drei bis viermal so viel Strom brauchen und es wird plötzlich die Energie zwei bis drei mal so teuer, das können Sie nicht schaffen. Das zahlt auch kein Kunde mehr, vor allen Dingen, wenn er irgendwo anders auf der Welt das Produkt billiger bekommt. Also deswegen ist das ein Schlüssel, mit dem man dann, und Sie sagten es auch, man muss es lenken, dass die Dinge natürlich in die richtige Richtung gehen. Und wenn Sie den Strompreis billig machen und das EEG abschaffen, das hat ja eine tolle Funktion erfüllt in der Volkswirtschaft, hätte keiner gedacht, dass die Erneuerbaren heute ohne Subventionen wettbewerbsfähig sind. Jetzt können Sie das Geld auch volkswirtschaftlich wieder anders einsetzen. Und zum Beispiel eine gute Möglichkeit, das zum Beispiel einzusetzen, wäre Technologieförderung. Wir werden viele neue Technologien brauchen und das ist eine gesellschaftliche Aufgabe. Also wäre es auch gut, wenn man Technologieentwicklung, dann aber auch die ersten Schritte sozusagen, die mal auszuprobieren, wenn man das fördert, weil das ist dann lukrativ und dann machen es natürlich die Unternehmen auch. Aber wie überlebenswichtig ist es für Sie als Vorstandsvorsitzender eines großen Konzerns eine politische Haltung zu haben und sich da auch einzumischen? Sie haben das gerade so ein bisschen angesprochen. Na gut, also ich meine, wenn Sie Vorstandsvorsitzender der BASF sind, dann sind Sie eigentlich eine öffentliche Person. Und in der heutigen Zeit mit sozialen Medien wird eigentlich so ziemlich jeder Schritt von mir verfolgt und auch kommentiert. Ist nicht immer nur angenehm und lustig. Auf der anderen Seite können Sie natürlich auch eines daraus ableiten und das mache ich. Ich kann ja eine Wirkung erzielen. Ich habe sozusagen Einfluss und ich kann die Firma und das will ich auch auf diesen Pfad setzen als die Chemiefirma, die das am besten und am schnellsten kann und damit sozusagen auch Leitfunktion hat in dem Sektor. Und die Chance habe ich natürlich über diese Positionierung und damit bin ich natürlich automatisch auch politisch. Und ich glaube, es gehört auch zum Vorstandsvorsitzenden dazu, sich mit der Gesellschaft und den politischen Kräften auseinanderzusetzen, zu versuchen, sozusagen mitzugestalten. Und ich versuche das ja auch in den einen oder anderen Allianzen, die ja auch mal eine Überschrift in den Zeitungen erzeugt hat, wie ich bin Mitglied im Wirtschaftsrat der Grünen, wo ein paar Leute gesagt, es kann ja gar nicht sein, dass der CEO des größten Chemieunternehmens Berater ist der Grünen. Ich bin sehr froh um diesen Dialog. Wir haben traditionell mit anderen Parteien eigentlich schon lange einen Dialog. Ich bin aber sehr froh, dass ich den jetzt auch sehr konstruktiv mit den Grünen habe. Und das kommt wieder auf das zurück, wir schaffen es nur gemeinsam. Und deswegen müssen wir reden und auch gemeinsam Lösungen finden. Auch Frau Buizos ist eine öffentliche Person und mischt sich in der Politik kräftig ein. Also sie drängen zum Beispiel ganz stark auf das Ende der Subventionen für Öl und Gas und wollen auch wirklich für die transparente Kommunikation der Wissenschaft nicht nur werben, sondern sie sind es ja sozusagen die transparente Wissenschaftlerin oder beziehungsweise sind stellvertretend für die transparente Kommunikation. Ich hoffe nicht, dass ich eine Transparente... Genau, das hat mich auch gerade verbessert. Warum mischen Sie sich als Wissenschaftlerin so ein? Normalerweise würde man ja sagen, die Politik entscheidet, die Wissenschaft berät. Ja, darum geht es auch. Also ich kann ja jetzt nichts direkt entscheiden. Ich kann aber helfen, mein Wissen zur Verfügung zu stellen und das Wissen von vielen Wissenschaftlern und Wissenschaftlern, damit man eben die richtigen Schritte wählt. Zum Beispiel versuchen wir auch schon lange in der Nationalakademie Leopoldina über die vielen verschiedenen Disziplinen hinweg gemeinsam dieses systemische Denken, die Haltung einzunehmen, dass wir mit wenig Zeit nur in großen Schritten vorankommen und dass man nicht, wenn man überleben will, dann, wie Alexander Gers sagt, dann dreht man nicht an hundert kleinen Schraubchen, dann sucht man die eine Schraube, die einen nach vorne bringt oder die etwas rettet. Und das zu verstehen, dass wir als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler natürlich gewohnt sind, aus unserer Methode heraus, uns zu versuchen, der Wahrheit, der Realität anzunähern, in die Zukunft zu gucken, zu projizieren, wir modellieren, wir simulieren, wir versuchen herauszufinden, der Pfad, auf dem wir sind, wohin schleudert der uns denn? Was bedeutet das? Was müssen wir jetzt tun? Diese Technologie des Simulierens, auf die wir uns im Alltag ja auch oft verlassen, die ist so wichtig für die Gesellschaft, um Entscheidungen zu treffen. Und diese Rolle ist auch dann natürlich politisch, wenn es um Themen geht, die am Ende was mit Steuern zu tun haben oder mit Gerechtigkeit oder all dem noch. Ich würde mal gern eins sagen und das ist, dass man auch nicht immer in diesen Feindbildern denkt. Selber bin ich ja jetzt Vorstand von einem großen Institut, das Afrikaner Institut hat 1.250 Mitarbeiter, einer der größten Arbeitgeber in Bremerhaven. Wir investieren auch, wir bauen auch, wir fahren ein Schiff. In unserem Schiff ist auch keine Zuckerwatte im Motor. Da ist in unserem Schiff ganz normal, wie bei allen anderen Schiffen auch, eben fossile Brennstoffe. Nur weil ich weiß, was die richtigen Ziele sind, heißt es noch lange nicht, dass ich ein Schiff bauen darf, was klimaneutral durch die Gegend fährt. Die Technologie gibt es ja auch noch gar nicht. Und zu verstehen, wie die öffentliche Hand, der Staat eigentlich, was der für eine Power hätte, zu investieren selbst, wenn er die richtigen Ziele nehmen dürfte. Wenn ich zum Beispiel als Abi einfach meinen Stromvertrag teuer abschließen dürfte, voll auf regenerative Energie, darf ich aber nicht. Und das eben zu verstehen, dass es so ist, dass wir zwar alles richtig denken können und die richtigen Ziele haben, aber immer noch nicht auf dem Weg sind, da müssen wir immer wieder drüber sprechen. Und das ist, glaube ich, das, was ich versuche in der Öffentlichkeit. Aber verzweifelt man da nicht irgendwie auch mal? Nö, überhaupt nicht, weil es geht ja voran. Also es ist natürlich alles, es ist nicht so, dass man morgens aufsteht und jetzt yippie schreit, wenn man die neuen Zahlen von dem Meereis, dem Permafrost, den Eisbären, den Korallenriffen da vorgelegt bekommt. Aber man sieht ja überall in der Gesellschaft, tut sich was. Die Leute kommen zusammen. Ich meine, es ist ja undenkbar, so ein Gespräch, wie wir es jetzt führen, wo wir genau wissen, von was wir reden und welche Ziele es gibt und welche Schrauben, das hätte es jetzt so vor 10, 20 Jahren nicht gegeben. Also da ist was, da ändert sich was. Aber noch reicht es eben nicht. Und jetzt geht es darum, dass wir es schaffen, dass im staatlichen Handeln, der die Weichen so gestellt werden, dass es der Industrie, den Bürgerinnen und Bürgern möglich gemacht wird, die Ziele zu erreichen. Das ist das erste und höchste Ziel. Und ich glaube, das sind Sie beständig und ich auch. Das geht auch nicht immer gleich beim ersten Mal. Das muss man manchmal auch sehr oft wiederholen. Aber dann bewegt es sich doch. Wie schwierig ist denn das, so etwas zu bewegen? Ich denke mal, Sie haben zum Beispiel eine Verantwortung Ihren Aktionären gegenüber oder Ihren 117.000 Mitarbeiterinnen. Wie kommuniziert man das, dass eben Klimaziele wichtig sind? Naja, ich glaube, hier brauchen wir genau auch wieder die Balance, über die wir vorhin gesprochen haben. Ich bin natürlich als Vorstandsvorsitzender natürlich auch den Eigentümer des Unternehmens mal in allererster Linie verpflichtet, aber ich fühle mich genauso verpflichtet meinen Mitarbeitern gegenüber und natürlich auch der Gesellschaft, weil wenn die BASF, und wir haben 8 Millionen Tonnen CO2, in Ludwigshafen sind wir fast 1% Deutschlands, dann habe ich die Verantwortung der Gesellschaft gegenüber eben auch. Aber ich glaube, das kriegt man auch ganz gut zusammen, weil die Ziele sind gar nicht mehr so verschieden. Wenn man heute gerade den Kapitalmarkt anguckt, was sich da gerade tut, über Green Bonds, die Taxonomie und sagen wir mal die ESG-Kriterien, also Environment Sustainability and Governance, dann orientiert sich sagen wir mal das Kapital auch sehr schnell anders, sich sagen wir mal die Investitionsmöglichkeiten und Unternehmen zu suchen, die das ernst meinen und die das schneller machen. Natürlich mit dem Punkt im Hinterkopf, das ist die bessere Kapitalanlage, weil das sind auch die Unternehmen, die dann in Zukunft erfolgreicher sind. Da bleibt auch mein Wert beständig, aber das ist ja fair. Insofern, ich glaube, die Balance ist gar nicht mehr so groß, das eigentlich zusammen zu bekommen und ich kann ja nur sagen, seitdem wir in der BASF eigentlich wissen, wie wir das machen wollen und da auch sehr, sehr aktiv werden, wir haben einen Stolz in der Mitarbeiterschaft. Die Mitarbeiter sind total begeistert, die sagen, ich bin bei der richtigen Firma, die geht das an, weil ich bin eben auch Bürger und ich bin auch Mensch, ich möchte das sehen, dass das passiert und da haben sie dann auch wieder einen riesengroßen Vorteil, weil wir haben gerade im Moment in der BASF eine Kreativität und Ideen, die da jetzt hochkommen, seitdem die wissen, wo wir hinwollen, da entstehen wieder ganz neue Sachen. Das beflügelt unsere Forschung. Da werden Innovationen, da werden Technologien, da werden Produkte entstehen, die auch wieder unsere Wettbewerbsfähigkeit morgen definieren. Insofern, da ist gar kein so großer Gegensatz. Das ist, glaube ich, auch diese Haltung, in die man sich versetzen muss. Wie Ottmar Edenhofer sagt, Optimismus ist Bürgerpflicht. Und das ist, glaube ich, richtig, weil es ist ja auch keine Alternative da. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt sagen können, ach nö, da machen wir jetzt einfach immer so weiter, weil auch das lehrt uns Corona. Es gibt keinen einfach immer so weiter. Wir verhandeln ja nicht mit der Natur und dem Klima, wie es uns abstraffen wird, wenn wir so weitermachen. Was da jetzt alles da ist an Gutachten, heute hatte ich gerade wieder eine Sitzung, die zeigen, wie unglaublich teuer, brutal und zerstörerisch eben der Pfad ist, auf dem wir sind, mit unseren mittlerweile über 42 Gigatonnen pro Jahr CO2-Emissionen. Und das muss man, das muss man, glaube ich, noch viel mehr kommunizieren, dass es kein Weiter-so gibt. Dass es also nur darum geht, welchen Weg schlagen wir denn ein, damit es anders ausgeht. Und da ist eben die internationale Zusammenarbeit ein ganz entscheidendes Thema. Das ist schwer zu verstehen, wie wir manchmal doch mal einen Schritt zurück oder langsamer sein müssen, damit wir viel schneller beim Ziel ankommen. Und da sehe ich eine große Komplexität, wo auch noch viel mehr zusammengeforscht werden muss, dass man genau diese Wechselwirkung versteht. Ottmar Edenhofer haben Sie gerade erwähnt vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Aber von da, von dieser Stelle kommt ja schon auch die Mahnung, dass wir jetzt sofort handeln müssen, dass es schneller gehen muss. Also insofern, diese Ungeduld kann man doch eigentlich gut verstehen. Ich denke zum Beispiel auch an Fridays for Future, die auch sagen, die haben zum Beispiel eine Studie in Auftrag gegeben beim Wuppertaler-Institut für Klimaforschung und die besagt, im Grunde genommen wäre es möglich, 2035 schon Klima-CO2-neutral zu sein. Aber die Soleduld... Wenn man da reinguckt, das ist sehr... Also ich habe auch versucht zu verstehen, das Modell. Da sind doch... Es geht doch um Infrastrukturumbau. Und wenn man mal überlegt, wie lange das dauert, bis man andere, eine andere Mobilität hat, bis man eben die regenerativen Energien dort hat, wo man sie braucht, das sind doch Zeiträume. Das bedeutet nicht, dass wir jetzt Zeit haben, nachzudecken, sondern es geht um diese Investitionsphase jetzt für die Infrastruktur. Aber es ist trotzdem notwendig und da ist das Potsdam-Institut ganz klar, jetzt einen beliebig hohen Preis für CO2 zu nehmen, kann dazu führen, dass die, die jetzt was Gutes erreichen wollen, genau das Gegenteil erreichen, weil, wie Sie gesagt haben, dann Stahl oder irgendwas anderes in einem anderen Land, wo es nicht so ist, dann viel billiger ist und dann erst recht kostet es CO2. Und diese Klarheit zu haben, dieses Systemverständnis von Rückkopplungsmechanismen, da darf man jetzt nicht sagen, ist alles viel zu komplex, kann ich nicht, sondern dafür haben wir ja Methoden. Wir haben ja modellieren, Simulationsmethoden, die genau erlauben, wir können als Menschen uns selber beobachten, beforschen und können rauskriegen, wie geht es eigentlich weiter, welche Rückkopplungsmechanismen gibt es. Und man kann ja auch nicht alles gleichzeitig machen. Ich habe vorhin gesagt, in unserem Carbon-Management, wir verstehen eigentlich relativ gut, was die Schritte sind und es sind sehr, sehr viele Investitionsschritte. Da sind ein paar dabei, wo man heute sagen muss, das macht schon wirtschaftlich Sinn. Da sind ein paar dabei, da sagt man, das ist nicht weit weg, das kann man sich relativ nahe vorstellen und da sind auch ein paar dabei, da kann man sich im Moment überhaupt nicht vorstellen, dass die relevant werden. Ja, da mache ich halt diejenigen, die erst Sinn machen, jetzt mal zuerst und ich muss mir auch die Transparenz schaffen, wo habe ich denn den größten Hebel? Das gehört übrigens auch dazu, bei den Erneuerbaren, die ja nicht ausreichen werden, das alles zu machen. Wir müssen uns auch volkswirtschaftlich überlegen, wo bekommen wir denn mit einer Megawattstunde erneuerbarer Energie das meiste CO2 weg. Dann sollen diejenigen, die den größten Hebel haben, das auch zuerst machen. Da kann ich aber nicht gleichzeitig die anderen bestrafen, wenn die vielleicht ein kleines bisschen in die Wartehaltung gehen müssen. Das ist wieder eine ganzheitliche Betrachtung. Also wenn wir das System nicht ganzheitlich optimieren, dann werden wir auch nur ein suboptimales Ergebnis am Ende bekommen. Sie meinen die anderen also in Europa jetzt? Nein, jetzt sagen wir mal industrielle Nutzer, Häuser, Hausbeheizung, Elektromobilität. Also unsere Schätzung ist ja, dass wir den Strombedarf in Deutschland vermutlich verdreifachen werden. Da gibt es ja auch welche, die meinen, es gibt so viel sozusagen Einsparung auf der Energieseite, dass das mehr oder weniger neutral geht. Das ist meiner Meinung nach falsch, weil innerhalb des Stromes gedacht wird und nicht die ganze fossile sozusagen Befeuerung ja auch elektrifiziert werden muss. Und wenn Sie das ausrechnen, das hat der VCI auch, der Verband der chemischen Industrie auch gemacht. Wenn sich die deutsche Industrie sozusagen elektrifiziert, brauchen wir ungefähr 600 Terawattstunden Strom. Und das ist das, was ganz Deutschland heute schon verbraucht. Und das Problem ist ja, die erneuerbaren Energien, so schön sie sind, sind einfach ja noch nicht ausgebaut. Nein, und ich habe es ja vorhin gesagt, das Tolle ist ja eigentlich, und das ist die gute Nachricht, die sind eigentlich wettbewerbsfähig. Und die EEG ist ja entstanden, weil das alles subventioniert ist. Wenn Sie heute einen Offshore-Windpark bauen, den brauchen Sie mit der öffentlichen Hand nicht mehr subventionieren. Was Sie aber brauchen, ist die freigegebenen, sagen wir mal, Plätze, wo man den bauen kann. Und die Kapazität, die da geplant ist, nach vorne, die stimmt nicht. Und da kommt natürlich die ganze Infrastruktur, Netz ausbauendes zu tun, was natürlich viel, viel Geld kosten wird. Übrigens ist es interessant, dass viele Leute, die wollen, dass das alles elektrifiziert wird, gleichzeitig sich dann vor dem eigenen Garten über die Hochspannungsleitung beschweren oder wie auch immer. Das heißt, wir haben ja so viele absurde Gegensätze auch in der Gesellschaft. Und da hilft natürlich auch wieder nur Transparenz. Und ich glaube, irgendwann muss man auch mal zu dem Punkt kommen, wir sehen ja schon eine sehr stark auf das Individuum ausgerichtete Gesellschaft. Wir müssen irgendwann auch dann in dieser Diskussion den gesellschaftlichen Nutzen auch vielleicht das eine oder andere Mal wieder etwas mehr in den Vordergrund stellen. Aber da kommt dann ja die Bürgerbeteiligung irgendwie wieder zum Zuge und Offshore, wenn wir das jetzt schon angesprochen haben, als Meereswissenschaftlerin, wo sehen Sie da die Probleme? Also letztendlich ist es da ja im Grunde der Ausweisung der Flächen das Problem. Es geht dann ums Abwägen, aber es geht auch ums Forschen und Hinschauen. Und da muss man so aufpassen, dass da zum Teil für ein wahnwitziges Zeug kolportiert wird bei Windkraft. Also zum Beispiel gibt es ja Windparks im Meer. Und wenn das alles stimmen würde, was die alles für Vögel tot machen, dann würden wir da dicke, fette Fische rumschwimmen haben, weil die die ganze Zeit tote Vögel fressen, die aber nicht da sind. Also es gibt die ganze Zeit Erzählungen, Mythen und diese Klarheit zu haben, das Wissen darum, natürlich ist ein Windpark ein Eingriff in die Natur und die Landschaft. Natürlich ist das Bauen von Windparks im Meer macht Krach. Natürlich hauen dann an dieser Stelle die Schweinswale ab. Das stimmt alles. Aber was das für das Meer und die Schweinswale und uns alle bedeutet, wenn wir keine Windenergie haben, das muss man dann dagegenlegen und sagen, okay, für welche Technologie muss ich mich jetzt für einen Übergang entscheiden und was bedeutet das für wen? Aber das ist doch nicht so schwer. Mit solchen Komplexitäten gehen wir ja auch so um. Aber einmal der Natur da drin eine Rolle zu geben, also einmal zu sagen, es geht jetzt nicht nur um mein nächstes Schrittchen hier, sondern es geht darum, dass wenn ich nicht anders handele, muss ich trotzdem so viel Geld bezahlen, weil ich die Leistung, die Schönheit, den Wert der Natur vernichtet habe, das fehlt mir noch immer sehr so in der Diskussion und auch in der politischen Diskussion. Das ist ein gutes Beispiel, wo die Expertisen auch gut zusammengehen. Wir wollen die Erneuerbaren aufbauen, damit wir unserer gesellschaftlichen Verpflichtung von CO2-Reduktion klarkommen und Sie haben die Expertise, wie man das am besten macht. Passt doch. Super. Gut, dass Sie zusammen schon mal in diesem Hightech-Forum sitzen. Da bin ich schon mal ganz beruhigt. Vielen Dank erst mal bis hierhin. Wir haben jetzt vor, noch ein kleines Szenario zum Schluss von Ihnen zu bekommen. Eigentlich eine 5-vor-12-Agenda für 2021. Also stellen Sie sich vor, man kann sich auch vorstellen, dass das man irgendwann veröffentlicht wird, noch weiter als nur hier über dieses Video, dass Sie der Regierung eine politische Agenda zum Klimaschutz aufgeben, Sie beide zusammen. Wir haben das aufgeteilt in sieben Unterpunkte. Vielleicht, genau, und die werden, was Sie jetzt sozusagen vorschlagen, wird mitgeschrieben und ist schon aufgeschrieben worden. Also zum Thema erneuerbare Energien. Was ist sozusagen dafür notwendig? Strom zum Herstellungspreis, Flächen zuweisen, Infrastruktur schaffen, die richtige Regulierungsrahmen. Das geht weit über den Strom hinaus. Da kommen eine ganze Menge Themen und das sozusagen positiv zu gestalten. Also ein neuer, positiver Regulierungsrahmen. Auf jeden Fall regionale Kooperationen. Also es geht ja nicht, das ist nicht über die Stadt oder über ein Land, sondern wir müssen regionale Partnerschaften bilden bei erneuerbaren Energien, damit es effizient wird und wirksam. Speichertechnologien ist ein Top-Element auf der Wunschliste. Und dann, glaube ich, ein Punkt europäisch denken beim Thema erneuerbaren. Das kann keine nationale Lösung sein. Das kriegen wir als Europäer nur gesamtheitlich. Das hatten wir noch als Extrapunkt, aber genau, also gemeinsames europäisches Handeln, also wird nicht so ganz leicht bei erneuerbaren Energien, oder? Ich möchte nur ein Beispiel. Ich meine, letztendlich, wenn man die Wertschöpfungen anguckt und auch, sagen wir mal, die Spezialisierung verschiedener Länder in Europa, hat ja jeder auch ein bisschen so seine Nische, wo jemand gut ist. Wir müssen das viel stärker zusammenbringen über den Binnenmarkt und auch wirklich, meiner Meinung nach, in europäischen Wertschöpfungsketten denken. Und für Deutschland gilt trotzdem bei aller Technologieoffenheit und Kooperationschancen, es braucht einen Ausbau der Windkraft. Das ist klar. Das geht nicht ohne. Also sozusagen das ganze System Neu-Denken, also welche Art von Transformation stellen Sie sich da vor? Das ganze Neu-Denken, wo steht da? Ach da. Ja, der erste Punkt im Grunde genommen. Da haben wir eigentlich ja ein bisschen besprochen, auch sozusagen den Wohlstandsbegriff Neu-Denken, auch den Ressourcenverbrauch mit einberechnen. Ja, ich würde sagen, Transparenz schaffen. Das haben wir auch schon. Das haben wir schon. Die Chancen des Marktes erkennen. Also ich bin manchmal verzweifelt, weil es immer so getan wird, als gäbe es nur Arbeitsplätze, also als würden die alle an fossilen Brennstoffen, alle Arbeitsplätze überhaupt und an der Gegenwart hängen. Aber in Wirklichkeit ist das doch ein dynamisches System und Arbeitsplätze und Beschäftigung kommt von der ständigen, sich neu erfinden. Und zu sagen, dass wir global einen Umbau sehen werden, da ist doch klar, dass es eine unglaubliche Chance geben wird, auch andere neue Formen von Arbeit zu schaffen. Und das soll nicht immer als eine Geschichte erzählt werden, dass nur Arbeit verloren geht, wenn Klimaschutz betrieben wird. Ja. Fördern statt bestrafen, da als Punkt zwei, also positive Regulierung. Ja, also auf jeden Fall würde ich die Technologieförderung reinbringen, weil wenn wir innovativ bleiben wollen und was wir uns ja auch vornehmen in Europa, dass sozusagen Zukunftstechnologien aus Europa kommen, da müssen wir uns auch bewusst sein, da werden wir Wettbewerb haben von anderen Nationen, dann würde ich sagen, ist das eben eine gesellschaftliche Aufgabe. Und hier, sagen wir mal, frühzeitig neue, riskante Dinge zu unterstützen und, sagen wir mal, zu beschleunigen, da gehört dann auch dazu, bei eben Technologien, die kompliziert sind, auch, sagen wir mal, Gruppen zusammenzubringen, die gemeinsam an solchen Technologien arbeiten. Also ich würde sagen, die ganze Technologieförderung und Forschungsförderung ist ein großes Thema hier. Sind Sie auch so? Auf jeden Fall. Ich überlege, was wir noch mehr bei Fördern statt Bestrafen. Also es ist immer, es gibt von beidem, beides macht seinen Sinn für Lenkung und Regulation. Immer nur Anreize setzen, das hat auch oft, geht das nach hinten los. Und klug fördern, statt dumm bestrafen. Das war auch umformuliert. Oder einfach, also sozusagen die Wirksamkeit, wirklich überdenken, des Förderns und Bestrafens. Im Grunde geht das gleich auf vier, Bürokratiehürden reduzieren. Wenn wir versuchen würden, und das ist echt ein deutsches Thema, nicht alles im Kleinen überzuregulieren, sondern in mutigen Schritten auch zu experimentieren, das betrifft mich gerade auch wirklich bei der Corona-Krise, trifft mich das ins Herz, was wir für gigantische Bürokratiefehler machen und Leute wegreißen, wo es nicht sein muss. Und das wünsche ich mir. Also Bürokratiehürden reduzieren, würde ich auch unter Fördern statt Bestrafen schreiben. Ja, wenn wir die Bürokratiehürden hier haben, also ich meine Geschwindigkeit in Prozessen. Also ich gebe Ihnen gerade so ein Beispiel. Ich habe ja gerade gesagt, wir wollen jetzt einige dieser Technologien in Pilotanlagen probieren und warten da auch auf eine Förderung. Sie dürfen aber nicht beginnen, bevor sie nicht wissen, ob sie gefördert werden. Weil wenn sie begonnen haben, kriegen sie keine Förderung. Das heißt, was wir jetzt machen, wir müssen jetzt teilweise ein Jahr warten, bis das entschieden ist. Das ist doch absurd. Wir reden hier über Klimaschutz, der jetzt zu erfolgen hat. Wir müssen warten aus Grunde Bürokratie. Also ich würde sagen, Überarbeiten von Prozessen, Beschleunigung, Digitalisierung von Prozessen kann natürlich auf jeden Fall helfen. Und Sie wünschen sich, habe ich aus dem Gespräch auch rausgehört, für das AVI erneuerbare Energien, dass Sie komplett darauf umstellen können. Naja, ich würde mir wünschen, das mit Bürokratie zu tun? Ja, das wäre vielleicht auch für gemeinsames europäisches Handeln und Fördern. Also Fördern wäre den Staat selbst, die öffentliche Hand, in die Rolle des Förderns versetzen. Also dort investieren zu können, was im Moment wegen bestimmten Sparsamkeitsregeln verboten ist, dass es einen großen Impuls in den Markt gibt. Das könnte die öffentliche Hand, beim Bauen, bei Stromverträgen, bei all dem. Die Ausgaben der öffentlichen Hand sind gigantisch. Und das wäre eigentlich ein richtiger Marktreiber. Plus. Und ein gutes Signal. Entschuldigung. Absolut. Und dann noch, ich würde trotzdem gerne Subventionen abbauen für fossile Brennstoffe, würde ich auf jeden Fall schreiben. Das gehört unter Umständen, aber auch in Planbarkeit, in gemeinsames europäisches Handeln gehört das zuallererst. Dass wir in Europa es schaffen, die Subventionen in Richtung Ziele zu stellen. Das überlappt natürlich immer ein kleines bisschen, aber bei Planbarkeit, sagen wir mal, einen Rechtsrahmen zu schaffen, sozusagen, der dann auch erlaubt, eben Sicherheit zu haben, wenn Sie 10, 15 Jahre lang wissen müssen, wie die Rahmenbedingungen sind. Bei Neudenken ist, glaube ich, auch unterzubringen, die Fragen von Partizipation. Also wie schaffen wir es, Steuerungen hinzubekommen, die eben die Bürgerstimmen wahrnehmen und die auch mit in die Entscheidungsposition zu setzen. Gutes Vorbild ist da in England die Bürgerräte in Bezug auf Klimaschutz. In Frankreich gibt es jetzt einen Versuch. Also es gibt Möglichkeiten, gemeinsam diese Idee der gemeinsamen Lenkung in die Zukunft, die man haben will, um aufzubauen, die wir in Deutschland alle noch erproben müssen. Aber wo der Wille von den BürgerInnen auf jeden Fall da ist und das Engagement. Ich glaube, bei Entwicklung und Forschung ist, glaube ich, noch wichtig. Wir haben ja jetzt gerade die neue Agentur für Sprunginnovationen, die ja noch nicht ganz so schnell springt, wie sie springen sollte. Die hat auch ein Bürokratieproblem. Die hat auch ein Bürokratieproblem. Also sofern können wir es bei beiden verteilen. Aber ich glaube, es ist ein gutes Beispiel, einfach auch, sagen wir mal, neue Tools zu entwickeln. Wir haben im Hightech-Forum auch über das 3,5-Prozent-Ziel gesprochen. Wie können wir es denn schaffen, sozusagen den Anteil in Forschung und Entwicklung von 3 auf 3,5 Prozent zu bringen. Und das heißt, wir brauchen auch neue Instrumente. Ich sage immer, Innovation, wie man innoviert. Ja. Und da gehören natürlich dazu, sagen wir mal, neue Formen, wie man zusammenarbeitet, unbürokratisch. Das springt auch zwischen zwei. Unbürokratische Art von Funding. Also ich glaube, eine neue Toolbox, sagen wir mal, für Forschung und Entwicklung. Wir sagen es ja auch schon lange oder sagen wir mal, die Hightech-Strategie sagt es schon in mehreren Runden, Regionen als Reallabore nutzen zu können, also zu befördern, dass sich Stadtviertel, dass sich Dörfer, dass sich Land-, Stadtregionen selbst beforschend in die Zukunft bringen. Das ist ein ganz, ganz großes Thema und eine ganz große Erfolgsgeschichte. Sobald man merkt, dass alles besser wird, wenn man die ersten Schritte gegangen ist, beschleunigt das sehr. Also regionale Experimente, Reallabore ist dort auf jeden Fall ein Thema. Ich würde aber auch noch mal ein Wort sprechen für unsere Simulationsfähigkeit. Also die Fähigkeit, diese komplexen Systeme, die Natur, in der wir Menschen agieren, als Teil der Natur, als Teil auch der Impulssetzer. Die Menschen sind inzwischen stärker als jede andere geologische Kraft. Das heißt, wir brauchen eine Kapazität, digital die Wirkung von Handeln zu überprüfen und da auch Daten reinfließen zu lassen, die wir so in der Forschung noch nicht organisiert haben. Jetzt hat sich bei der Bürokratie noch nichts getan. Da haben wir gesagt, wir wollen eigentlich schneller werden und digitalisieren. Ich glaube, das sind zwei Stichworte in der grünen Box. Ja, Experimentierklauseln einfügen, dass man einfach Ausnahmen von Regeln haben kann. Hängt auch wieder ein bisschen mit dem Reallabor. Da wäre mir es noch wichtig, dass die Reallabore nicht nur die technische Seite betrachten, sondern die Reallabore sind eben eine gute Möglichkeit, auf volkswirtschaftlicher Ebene auch mal Regulierungen oder bestimmte Gesetzgebungen außer Kraft zu setzen und sie einfach mal ausprobieren und zu lernen, wie muss denn eigentlich eine Regulierung aussehen, dass die sozusagen die Kugel in die richtige Richtung rollt. Also das sollte man breiter sehen als nur, sagen wir mal, für Forschung und Entwicklung. Bei den Reallaboren hatten Sie Regionalität auch irgendwie angesprochen. Da fällt mir vielleicht auch das Stichwort Dezentralisierung ein. Also inwieweit ist das vielleicht auch wichtig, um, also das ist ja im Grunde genommen auch wichtig, also wenn es zum Beispiel um die eigene Photovoltaikanlage auf dem Dach geht, da kann ja auch einiges erreicht werden. Das sehen vielleicht große Energiekonzerne nicht so gerne, aber letztendlich kann das doch vielleicht dazu beitragen. Würde ich unter Bürokratiehürden reduzieren nehmen, weil wenn was auf lokaler Ebene entschieden werden kann, ist es in der Regel schneller. Es ist, glaube ich, im Thema Neudenken, aber jetzt haben wir da schon so viel geschrieben, überhaupt Bürgerinnen und Bürger zu selbst zu Investor machen zu können, ist eine riesige Herausforderung, gerade in dieser komischen Zeit, wo es auf nichts mehr Zinsen gibt und wo wir in Deutschland wenig Chancen haben eigentlich, wenn man nicht schon reich ist, noch weiter Vermögen aufzubauen und hier eine Förderung, Fonds, alles so zu gestalten, dass die Bürger selbst eben ihre Zukunft in die Hand nehmen können und klug investieren, auf Klimaziele einzahlend investieren. Das bedeutet, ein anderes Steuersystem, ein anderes Staatsfondssystem aufzubauen. Bei Forschung und Entwicklung würde ich noch gerne den Punkt sehen, dass wir auch international zusammenarbeiten. ist ein gutes Instrument, auch sagen wir mal, mit Ländern, die vielleicht etwas schwieriger im Umgang heute sind, kann auch das eine Verbindung sein. Das ist ja auch bei der Polarstern-Expedition durchaus so gewesen, dass da etwas schwierigere Länder eigentlich eine sehr konstruktive Rolle gespielt haben und sich dann annähern. Und ich glaube, das sind teilweise auch bei Forschung und Entwicklung und Technologie so dicke Bretter, dass wir die eigentlich nur durch den Schulterschluss aller Korrifäen und Talente, sagen wir mal, weltweit hinbekommen können. Dann sind wir eigentlich schon relativ weit. Also ich glaube, Sie können ja noch Stunden darüber sinnieren, was alles neu gedacht werden muss. Bei Planbarkeit, das ist so rosa leer, das Feld, da muss unbedingt Zeitpunkte müssen wir noch ansprechen. Also diese Investitionen in Infrastrukturen jetzt, die uns weit tragen, das ist bei Planbarkeit unerlässlich. Also das ist nichts, was der Einzelne oder die Industrie für sich alleine macht, sondern da müssen wir in allen Sektoren, die jenseits industrieller Produktion was tragen, muss Planbarkeit geschafft werden. Es gibt noch einen anderen Punkt in der Planbarkeit, den ich ansprechen möchte. Es bleibt eine Restschance, dass wir es alles nicht schaffen. Es bleibt wirklich eine Chance und die ist nicht so knapp, dass wir mit den vollen Folgen eines über zwei Grad warmen Erde-Klimawandels umgehen müssen. Und Planbarkeit bedeutet, dass wir uns Risiken vorleben, dass wir Resilienz schaffen, siehe Corona. Wir müssen so leben bei dem Risiko, was da vor uns schwebt, dass wir die nächste und die nächste Krise aushalten. Und das bedeutet Planbarkeit schaffen, also nichts, die Armut so betreiben, wie sie jetzt gerade betrieben wird, sondern ein Volk zusammenhalten, was mit dem nächsten und nächsten Problem umgehen kann. Das ist ganz wichtig und das gehört im Planbarkeit. Das Thema Resilienz passt an. Resilienz und Anpassung muss auf jeden Fall geschafft werden. Und natürlich auch Sozialverträgte beziehungsweise Gerechtdenken. Entwicklung und Forschung noch ein Punkt. Wir schreiben die Felder ja wohl mal voll, oder? Bei Grün müssen wir uns ein bisschen anstrengend. Nochmal auch zu dem Thema, auch wenn wir tolle Ziele haben, es kann auch gehörig daneben gehen oder der sogenannte Obershoot entstehen, dass wir doch so viel CO2 emittieren, dass wir auch damit umgehen müssen, es wieder aufzufangen. Wir müssen in Entwicklung und Forschung, mindestens in der Forschung, uns Kapazität verschaffen, Bescheid zu wissen, wie man CO2 aus der Atmosphäre und aus dem Ozean entfernt. Das ist nicht einfach wegzulachen, sondern wir haben, wir stehen so auf der Kippe, wo es lang geht, dass es sein kann, dass mindestens ein oder zwei Generationen CO2-Emissionen, also negative CO2-Emissionen erzeugen müssen. Die brauchen einen Vorlauf in Forschung und Entwicklung und auch wenn man es eigentlich nicht haben will, sondern lieber direkt keine fossilen Brennstoffe mehr einsetzt, ist das das breite, ich würde sagen, negative Kohlenstoffemissionen ist das richtige Wort. Das ist nicht nur Carbon Capturing, sondern auch Natur zahlt ja darauf ein. Das ganze Thema müssen wir schaffen in der Forschung. Wir können es ja noch breiter formulieren, brauchen wir eigentlich ein Technologieportfolio rund um CO2. sowohl Vermeidung als auch Capture. Aber da gibt es schon was in der Schublade? Oder muss da jetzt? Ja, aber es ist sehr liegen geblieben, weil man erst mal gedacht hat, auf keinen Fall so tun, als könnte man immer so weitermachen und CO2 zurückholen, sondern lieber alles auf einsparen, fossiler Brennstoffe setzen, ist theoretisch auch richtig, aber jetzt sehen wir ja, wir haben 10, 15 Jahre verloren und die muss ja die nächste Generation wieder einholen. Also müssen wir denen Chancen geben, auf eine gute Forschung aufzubauen in Europa. Es wird ja immer einen Rest CO2 noch geben, mit dem sie auch irgendwas anfangen müssen. Und da werden wir noch viele Technologien brauchen, Bakterien, die CO2 wieder verwerten und so weiter und so weiter. Also da ist eine ganze Menge. Und die dann wie Hamburger schmecken, ne? Ja, genau. Mit den kleinen Heuschrecken, die wir dazu noch essen. Agiles Arbeiten in Ministerien würde ich noch auf Bürokratiehürden reduzieren, dazu schreiben. Und kreatives Arbeiten. Ja, weil etwas Neues... Dann setzen wir noch eines da drauf. Ich glaube, die Bürokratie braucht an ein paar Stellen auch mehr Ressourcen. Es gibt nämlich auch teilweise ein Bottleneck, wenn wir gerade darüber gesprochen haben, wie viele Menschen es in den entsprechenden Behörden gibt, die, sagen wir mal, ein Projekt für einen Windpark beurteilen können. Das ist eine sehr kleine Zahl. Das heißt, ich glaube, wir müssen hier auch Ressourcen aufstocken, die kompetent sind, sagen wir mal, diese Prozesse zu beschleunigen. Wunderbar. Ich würde jetzt an dieser Stelle bald Schluss machen. Ich weiß, dass Sie noch weiterdenken, aber wie gesagt, das wird nicht das letzte Gespräch zwischen Ihnen beiden sein. Und da sind ja wirklich tolle neue Gedanken bei rausgekommen, für mich zumindest neue Gedanken, die Sie auch zusammenentwickelt haben. Vielen, vielen Dank für das Gespräch an Antje Boetius, Direktorin des Alfred-Wegner-Instituts und Martin Bruder-Müller, Vorstandsvorsitzender der BASF. Vielen Dank fürs Zuschauen und wenn Ihnen diese für mich sehr spannende Diskussion auch so gut gefallen hat, dann empfehlen Sie es doch bitte weiter. Danke fürs Zuschauen. Danke. 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 Danke.